Servus, hier ist wieder Danzweinsacht und das hier ist Danzweinsachtube mit einem neuen Video. Dieses Mal zocke ich Hole.io und ja, let's go. Und wieder mal Werbung. Okay, verdammt. Da isch nix shit. Ah, jetzt. Okay, das sieht, er sagt für mich ein bisschen schlecht aus. Ja. Schon besser. Nein. Verdammt, 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 verdammt. Na, 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 na. gut okay gut bin ich diese Runde nicht exakt ich bin fünfter naja man kann nicht immer gewinnen ehrlich gesagt man kann nicht immer gewinnen da heißt einer Bangladesch okay um jetzt 60 von dem Mut Biedel lässt holen maps sind hier das klassische Loch und wieder Werbung äh abgefuckt abgefuckt na 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 dann jetzt geht die Partie ab ich bin gleich ich bin gleich zweiter nach heil ist und bei heil heheh äh ja cool Nein. Okay, ich bin immer noch auf Platz 2. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, beenden wir es. Okay. Klar. So. Jetzt nochmal. Und wieder Werbung. Ich werde die Selbe Werbung abgefuckt. Gut. Okay. 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 Vielen Dank. Oh, ich bin, ich bin schon King. Cool. Verdammt. Okay, ich muss kurz meine Flasche wegmachen. Oh, ich bin nicht mehr King. Oh, ich bin nicht mehr. Wir machen jetzt diese Runde ganz schnell. So, zwei. Eins nur noch. Haja, der kleine Pimpf dort. Ach, komm, die machen wir jetzt schnell fertig. Ach, ne, ne, ne. Ach, wechseln wir jetzt einfach mal die Map. Schwer, diese scheiß Werbung. Geht mir heftig auf die Eier. Ja. 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 Vaere. Ja. Vielen Dank. 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 Oh, oh. Oh Mann. Nein. Oh verdammt. Alter ich... Mann. Ich dachte er war kleiner. Naja. Okay. Das war's ja mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch meine anderen Videos gefallen, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, um kein neues Video zu verpassen. Ach und übrigens, seit heute habe ich eine neue Gruppe, wo ich auch immer wieder dann hier das neueste Video und so poste und so. Also den Link im WhatsApp halt. Und in der Beschreibung ist der Link zu dieser Gruppe, wenn ihr reingehen wollt. Bis zum nächsten Mal.